Leute, komm, wir machen das jetzt. Ja, wir müssen den Drachen befeilen. Ich nehme jetzt meinen Trank. Du hast vorhin den Eingang, habt ihr es gesehen? Ich zieh mal den Rüst an. Den Trank muss ich auch nehmen. Ich kriege keinen Schaden, Leute. Oh, geil, 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 geil. Lass es uns tun. Wir müssen... Oh Gott, sollen wir die direkt angreifen? Ich weiß es nicht. Okay, die greifen uns direkt an. Oh, das ist gut. Wir müssen sie töten. Komm, anruf, anruf, anruf. Oh Gott. Ich bin ins Wasser gefahren, hier sind ganz viele. Ich hab... Okay. Ich stirb. Okay, die ersten zwei haben wir. Da sind noch mehr. Sehr gut. Wir müssen rein, wir müssen rein. Habt ihr es gehört? Komm, Angriff. Oh, komm her. Warte, ich helfe dir. Du zwei schaffen dir das. Oh, die sind einfach verdammt. Verdammt einfach. Hallo. Okay, ich geh da hoch. Da oben sind Bogenschütze. Ich kümmere mich um die, ich hab einen Bogen. Da oben? Hier unten sind richtig viele. Okay, jetzt bin ich auch hier oben. Danke, Eurli. Danke, danke. Gerne, gerne, gerne. Die haben mein Schwert da gelassen. Oh nein, kleine Blume auch noch. Was sollen wir tun? Ja, aber um die. Komm, die sind kein Problem für uns. Ich werde eingekreist. Wir müssen Zinos helfen. Komm. Jesus war gestlich für den Notfall. Den Apfel, den wir bekommen haben. Danke, ja. Immer auch essen, das ist sehr, sehr wichtig. Was habt ihr für einen Trank getrunken? Die lassen ihr Schwerter fallen. Die müssen auf jeden Fall mitnehmen. Was habt ihr für einen Trank getrunken? Warum seht ihr so komisch aus? Ich hab gar keinen Trank getrunken. Ich hab den unsichtbar keinen Trank getrunken. Achso. Da kommen weitere. Da kommen weitere. Okay, anhalten. Oh, diese mächtigen Margulitz, von denen wurde gesprochen. Kein Problem für uns. Ja, wir haben ja, Margulitz, Schwerter. Wir schaffen das. Hier wollen wir, wollen wir hier, oh Gott. Oh Gott, da ist Margulitz Anführer. Leute, ich esse jetzt einen Apfel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viele das sind. Ja, oh Gott. Doch, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, ist der Anführer. Sehr gut. Okay, ist hier noch jemand drin? Hier ist noch jemand drin. Lasst den Drachen frei. Lächerlich seid ihr. Okay. Wobt ihr unseren Drachen? Redet mit uns. Sehr gut. Ich verstehe kein Wort von dem, was sie labert. Hier geht's hoch, Leute. Hier geht's hoch, Leute. Ich laber doch gar nicht. Hier geht's direkt an. Oh, da kommt schon wieder einer. Da kommt schon wieder einer. Los, machen wir ihn fertig, Sinus. Danke. Kein Problem. Okay, hier sind welche drin. Attacke. Oh Gott, mein Goblin ist jetzt zu verstecken. Oh, kleine Goblin. Oh Gott. Ja, perfekt. Oh Gott, easy. Oh Gott, easy. Oh Gott, easy. Oh Gott, easy. So. Kein Problem, das geht. Oh Gott, die haben wir, die haben wir. Wie groß das ist. Da ist noch ein Magulitz-Anführer, Leute. Und der kommt mit ganz vielen Leuten gerade. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott. Geh mal hier, der Stürzer von oben. Der gibt mir Power. Stürmer, Anführer. Ja. Entschuldigung. Was ist das denn? Ambruchsschütze? Die Ambruchsschützen halten nichts aus. Die sind wahrscheinlich nur... Nein, aua. ... um zu schießen. Oh Gott, ich hab dich getroffen. Pass auf, da ist noch ein Anführer hinter dir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Ich hab ihn, ich hab ihn gefecht, ich hab ihn getötet. Ich kämpfe gegen 300 Stück gefiecht. Okay, gut. Ich helfe dir, Clip, keine Sorge. Hier, Hilfe. Danke. Oh. Von hinten, von hinten, von hinten, kommt sie. Komm her. Magulitz Leben denn hier. Hier ist noch einer. Aber der hat so recht, die sehen aus wie Orks. Ja, der hatte echt recht. Und sie sehen uns teilweise echt nicht gut. Oh Clip, oh Clip, ist du mir leid. Er ist mal reingeschossen. Da kommen zwei weitere. Ich geh auf den Turm, ich geh auf den Turm, ich werde euch alle aufzrotten. Oh, Erli hat sich schon wieder getötet. Das ist gut. Okay, haben wir noch welche? Haben wir noch welche? Mehr mehr? Haben wir noch mehr? Ne. Ihr habt ihr schon gesehen, was es hier alles gibt? Hier ist noch einer. Oh Gott, Hilfe, Leute. Komm zurück, komm zurück, komm am besten zurück. Komm zurück. Kein Problem, komm her. Klein. Die machen ganz sassame Geräusche, die Typen. Oh. Ja. Okay, Leute, okay, Leute, okay, Leute. Ich muss auf jeden Fall was essen, meine Energie geht langsam, aber sicher echt runter. Ich brauche was zu essen, vielleicht finden wir hier was. Ich gehe hier eben auf den Turm und fassen. Da sind halt noch mehr, aber wir müssen erst mal gucken. Ja, ich bin schon wieder bei euch. Bevor wir weitergehen, einfach mal. Ja, hinten sind auch welche. Hier sind auch überall Waffen. Okay, in den Kisten, ja, wir sollten die Waffen einfach mal mitnehmen, oder? Obwohl, ich habe schon viele Waffen von denen eingesammelt. Aber habt ihr gesehen, wie verdammt hässlich die sind? Ja, die sehen richtig schlimm aus. Ja, erst mal. Guck mal, ich habe hier nochmal einen. Erst mal ein Bierchen. Großes Schwert. Du hast es gefunden. Das habe ich noch übrig von hier. Gebt ja auch eins. Okay, danke, danke. Ich gebe auch noch was. Oh, das ist echt alles sehr anstrengend. Okay. Wollen wir weitergehen? Ich meine, ein paar Leute sind da noch. Und wir haben unseren Drachen noch nicht. Hier sind Sperre. Was ist das denn hier unten? Schilder? Lass es mal mitnehmen. Ich nehme mir mal so ein Schild mit. Oh, okay. Oh, okay. Oh, Klipp, guck dir das an. Okay, Zinus, kannst du mir das Fett geben? Du hast jetzt nur so ein Zweihänder. So ein Schild möchte ich auch haben. Nein, das Schild. Du hast ja ein Zweihänder. Ich weiß ja nicht. Kriegst du die beiden gleichzeitig getragen? Ja, ich kriege die beiden gleichzeitig getragen. So ein Schild für den Paladin gibt? Das wäre ziemlich cool, ja. Das wäre natürlich so krass. Aber das ist echt ein bisschen anstrengend. Ich gebe dir das hier. Oh, nein, nicht mehr Schild. Nicht ins Feuer werfen. Nehmen wir mit, als Trophäen. Das ist halt mega schwer, mit einer Hand zu tragen. Dankeschön. Ja, lass dir noch die ganzen Dinger durchsuchen, bevor wir weitergehen. Ich habe die schon durchsucht hier hinten, die, aber die hier noch nicht. Oh, guck mal, was für Schwerter hier sind. Hier ist nichts mehr. Bevor wir weitergehen. Hast du von irgendeinem Bogenschützen was bekommen, Klim? Ja, ein paar Armbrüste. Mit einem Pfeil. Armbrüste? Okay, ich habe ein paar mehr Pfeile bekommen. Überall Schwerter, überall Schwerter, das brauchen wir nicht. Guckt auch ab und zu mal in die Kisten, da könnte auch was drin sein. Aber anscheinend, hat er nicht gesagt, die sind von einer langen Reise zurückgekommen? Dann haben die hier wahrscheinlich gar nichts mehr in den Kisten, ne? Ja, gut möglich. Alles leer. Aber wenn die was geplündert haben, dann müssten die ja was haben. Ja, vielleicht sind wir noch nicht am richtigen Ort. Vielleicht haben sie das woanders verstanden. Vielleicht sind wir noch gar nicht durch. Ja, eben. Vielleicht gibt es noch mehr. Oh, oh Gott. Oh, Leute, 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 scheiße, scheiße, scheiße. Oh Gott, ich sitze in der Falle. Leute, Leute, oh, ich laufe hier umzu. Scheiße, ich habe sie alle behindert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bist du denn? Leute, ich komme zu euch, ich komme zu euch, ich komme zu euch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, wer seid ihr? Ich bin da reingefallen. Wo seid ihr beide? Wie viele hier sind. Hier ist wieder ein Anführer. Wir sind ganz vorne. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ach, da seid ihr. Die Anführer kommen wieder. Ah, ich bin in die Ecke getrennt. Oh, das Schild ist gut, das Schild ist richtig geil, Leute. Die Anführer gehen auf mich. Zwei Anführer. Oh, zwei Anführer auf die. Ein Scherter. Aber das ist die beste Rüstung. Sehr gut, sehr gut. Wollen wir hier weiter? Ja, wir müssen hier weiter. Da ist auch noch ein Haus, das wir dann betreten, oder? Ne, da ist ja noch ein Turm. Da ist noch ein Anführer. Da sind sogar noch zwei Anführer. Okay. Okay, komm ruhig her. Oh Gott, da kommen wieder. Oh, oh. Leute. Oh Gott. Da kommen. Oh Gott. Oh Gott, es sind einige. Okay, lass sie uns auf uns zukommen. Lass sie uns auf uns zukommen. Und lass sie uns hier besiegen. Ich muss einen Apfel nehmen. Oh. Attacke. Warte, ich helfe dir. Oh, okay. Das war knapp. Rüffeln. Da können wir nicht rein. Noch ein Anführer. Ja, zwei noch. Kein Problem für mich. Hinter uns. Hinter uns noch keine. Leute, wir haben es geschafft. Okay, sie sind alle tot. Oh, nee, hier ist noch einer. Wo? Wo? Hier sind noch. Ich gehe hier. Oh, da oben auf dem Turm. Auf dem Turm. Ich mache hier. Ja, gut. Er ist erledigt. Er ist erledigt. Warte, ich gucke mal. Ob hier noch irgendwas ist. Ich habe hier einen sehr guten Ausblick. Okay. Ich komme auch noch mal hoch. Vielleicht sollten wir uns alle mal auf den Turm stellen und gucken. Ja, lass das mal machen. Ich glaube, wir haben das jetzt geschafft. Okay. Guckt euch an, wie groß dieses Dorf ist. Unglaublich groß. Wir haben hier ganz viel Müll hier los. Aber... Wir haben so viele Schwerter davon. Ich nehme die Astrophäen mit. Wisst ihr, was richtig blöd ist, Leute? Was? Wir haben den Drachen noch nicht gefunden. Ja, wir haben ihn echt noch nicht gefunden. Aber da geht es noch runter. Da gehen wir gleich runter. Wir werden ihn finden. Oh, da sind noch weitere. Da sind noch weitere. Hier unten, Mini-Goblins. Oha. Ich komme. Warte ich. So, wir schaffen die. Gut, gut, gut. Gibt es hier noch irgendwo Häuser, wo wir reingehen können? Nein, es gibt nur noch den Weg nach unten. Es gibt nur noch den Weg nach unten. Wo bist du, Early? Ich stehe genau hier. Bin hier oben, Early. Bin hier oben. Das kommt von hier unten. Das kommt von hier unten. Das machen wir jetzt. Was machen wir? Was wartet da auf? Oh Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich da runter will. Ich weiß auch nicht, aber wir müssen doch... Aber Klim, wir müssen runter. Wir müssen unseren Drachen retten. Kommt ihr, wir müssen da runter. Ja, wir müssen da runter, Klim jetzt. Ich weiß, dass wir da runter müssen, aber sind wir auch genug vorbereitet und haben wir alles, was wir brauchen. Klim, wir sind mehr als genug vorbereitet. Wir haben noch unsere Äpfel. Wir haben die Rüstung. Hört euch das doch mal an. Ja, aber Klim. Klim, komm mal, Zinus. Zinus hat sein mächtiges Schwert. Ihr habt extra Rüstung bekommen. Ich habe meine Paladin-Ausrüstung. Zinus, du hast auch Angst, oder? Ein bisschen, aber wir müssen das machen. Wir sind jetzt so weit gekommen. Es bleibt nichts anderes übrig, Klim. Wir müssen das schaffen. Unser Drache, denkt doch mal zurück an die schönen Zeiten, die wir hatten mit dem Drachen. Auch wenn er zu dem Zeitpunkt nicht echt war. Aber er war trotzdem bei uns. Wir können den Drachen nicht alleine lassen. Wir können einfach nicht. Es geht nicht. Ja, du hast recht. Los, Klim, wir gehen da jetzt runter. Komm, Zinus, go. Wir gehen rein, rein, rein. Wir gehen rein, rein.